gut und kommen wir mal ins thema würde ich sagen also vier gründe welche gut ist jetzt natürlich immer in diesem video ist ein bisschen grob zusammengefasst aber welche vier gründe sehe ich da vor allen dingen erklärtlich ist einer unzufriedenheit einer beziehung klar also ich persönlich glaube nicht an den spruch dass fremdgehen nur beziehungen passiert wo die unglücklich sind überhaupt nicht also das ist nicht so aber natürlich ist ein grund unglückliche beziehungen und ja vielleicht auch ausklingende beziehungen wo man sich schon neu orientiert übergänge zwischen beziehungen aber auch ganz ja ganz klassisch weil meiner also wenn so als partherapeut kommt natürlich ganz normal die paare zu einem typische partherapie paar ist ja so in den vierzigern sage ich mal kinder sind in der pubertät und ja irgendwie stellt man fest okay es fällt jetzt so weg hier die kindererziehung was hatten unsere beziehung noch zu bieten dann ist man vielleicht maximal angespannt im beruf und elternkrank und dies und jenes und ja und keine ahnung oder wenn das schon ewig genervt und hat aber nur abgewartet bis die kinder groß sind und ja und während dann jemand kennen und denkt mein gott was was soll ich mir das alles antun und ich kann ja auch einfach eine schöne zeit haben und gut dass man das dann sagen sollte kommen vielleicht später noch mal zu dass jetzt auch mal auf einem anderen blatt heute aber ja das ist natürlich ist das ein großer grund aber es ist es definitiv nicht der einzige ein der zweite große grund wunderbarer begriff über den ich gestolpert ich liebe den ist das abenteuer defizit syndrom ADS was eigentlich einfach heißt ja das dein leben ist zu fucking langweilig irgendwie so also das ist es fließt alles dahin du gehst jeden tag an den gleichen job sie ist jeden tag den gleichen menschen ihr macht jeden tag das gleiche oder auch nicht oder lebt aneinander vorbei und du denkst irgendwann wo ist der kick wo ist der weiß ich nicht wo wo ist meine ego ich glaube es hat viel mit dem ego zu tun muss man ohne jede bewertung wo es meine das ego hasst langweilig ist hast langweilig ist will immer neue neue stimulation haben und dann ja was ist denn jetzt hier und und die macht mich gerade so schön an oder der in der disco mal gucken wo es hinführt immer sehen und und dann sex auf der club toilette und war wahnsinn wie spannend und ja also wie gesagt ohne jede bewertung aber ich glaube das ist ein riesen grund warum leute einfach sagen in meinem leben ist einfach zu langweilig und das will ich los und dann bringen wir doch da mal ein bisschen drama rein weil das ego liebt drama und meisten von uns allermeisten sind halt sehr ego verankert und noch und wie gesagt das ego braucht ständige abwechslung und ständig ist nie nie zufrieden nie satt und ist es deswegen ja auch ein bisschen gefährlicher weg wenn man den so einschlägt weil ja irgendwann reicht es dann eben nicht mehr dass dieser eine kick hat sich dann auch schon ausgedödelt dass man vielleicht in einer bar jemand aufreißt und dann muss es noch noch krasser und noch verrückter sein und aber auch das wollen wir heute nicht bewerten aber ist meiner ansicht nach einem riesen grund so dritte grund ist zeigerforschung ist gelegenheit das ist also manchmal ist es einfach es gibt leute die gehen fremd gerade vielleicht menschen die vielleicht auch männer mehr also es geht aber inzwischen mehr frauen fremd als männer sagt die forschung also aber jetzt männer die viele männer es ist ja so dass sie nicht andauernd angegraben werden und ja dann ergibt sich halt mal irgendwie über jahre so eine gelegenheit auf einer geschäftsreise oder ich weiß nicht was und Kann man nicht nein sagen wie gesagt auch das wollen wir nicht bewerten heute sollte man vielleicht thematisieren oder auch nicht muss jeder aber das muss man mal extra beleuchten aber auf jeden fall sollte man es thematisieren wenn man den anderen ungeschützten geschlechtsverkehr hat aber das macht das machen viele nicht aber wie gesagt wir wollen das nicht bewerten und ja aber das das ist halt so ne es ist ganz viel gelegenheit ne es ist und vielleicht gibt's es ist manchmal für menschen leichter die viel gelegenheit haben weil die einfach für die ist das dann nichts besonderes so und manchmal schwieriger für menschen die wenig gelegenheit haben und dann dann ist plötzlich die situation da und der abend ist so schön und das ego meldet sich und das abenteuer defizit syndrome meldet sich ja auch ein riesen problem und das vierte dürfen wir nicht vergessen ist sicherlich einfach ja problematisches sozialverhalten mit eigen wirklich wenig standards und ja dass einem das einfach kackegal ist und so ein commitment dass es eben vorne raus gesagt wird ja wir sind im commitment und hinten raus wird eben der letzte scheiß gemacht und ist ja einfach scheißegal man macht einfach was man will und man will im grunde genommen will man die vorteile einer festen beziehung verbinden mit den vorteilen eines abenteuerlichen single lebens also es geht natürlich alles miteinander über aber ich glaube da müssen wir uns auch mal alle ins gesicht gucken in spiegel gucken und sagen ja es ist einfach ein bisschen asozial so lange fremd zu gehen und was auch immer mal für gute gründe dafür findet und das nicht zu sagen so aber wie gesagt das ist keine bewertung nur wir müssen uns auch unsere eigenen täte einteile angucken wenn wir aus diesen toxischen sachen rauskommen wollen wir können nicht immer noch die anderen gucken was die anderen machen wenn die anderen das machen ist schlimm genug muss man halt seinen umgang mit finden aber muss auch bei sich selbst gucken in einer selbstliebenden weise gesagt es geht ich habe einfach keinen bock mehr immer dieses nimmt ja immer mehr zu in der welt dieses ganze alles wird bewertet alles wird bewertet und wo ich immer denke von menschen die wahrscheinlich selber fragwürdige sachen tun ja machst die größte klappe irgendwie und ich denke man sollte da viel demütiger sein einfach akzeptieren dass menschen machen fehler menschen machen quatsch und und dann muss man in zweifelsfall in irgendeiner weise dazu stehen als immer so eine riesen klappe zu haben und ich mache alles richtig und ich äh gender den ganzen tag korrekt und ich äh sind jetzt nur so random beispiele und ich bin politisch immer korrekt und ich bin überhaupt die geilste sau auf diesem planeten äh könnte jetzt themen könnte jetzt auswechseln noch und nicht ja oder ich bin immer opfer und immer bin ich das opfer und ich mache gar nichts und also wenn das so super laut rausgeschrien wird also ich denke da mittlerweile schon immer also ich mittlerweile zucke ich schon zusammen wenn jemand sagt ich bin so wahnsinnig empathisch weil ich weiß nicht das muss ich auch mal ein video zu machen glaube ich vielleicht mal denke wir Menschen die wirklich sehr empathisch sind reden da eigentlich gar nicht so drüber beziehungsweise haben vielleicht richtige annahme ja ich bin vielleicht ein grundsätzlich empathischer mensch weil bestimmt auch meine nicht empathischen momente und ähm wollen wir mal nicht so im ego sein und man gibt sein bestes und bemüht sich aber wenn jemand so raus schreit ich bin so der empathischste mensch der welt habe ich früher nicht gedacht mittlerweile schien mir schon die nackenhaare zu bergen und ich denke so oh mein gott was kommt jetzt achtung 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 aber vielleicht gibt das nur mehr so ich weiß es nicht das ist äh also ich finde man sollte immer sich bemühen selbstliebend ohne unnötige selbstkritik ein bisschen demütig zu bleiben und ja akzeptieren dass wir alle nur menschen sind und andere nicht vorschnell verurteilen sich selber nicht vorschnell verurteilen und trotzdem die dinge trocken angucken ne ich glaube das ist gefordert freue mich auf eure kommentare in diesem sinne wir werden uns bald wieder sehen und Bis zum nächsten Mal.